Bei dem Radio. Um den Staubsauger einzustecken. Für Nintendo. Für Papasini Playstation oder was auch immer. Wir haben zuhause ein Schöffchen, der Strom hat. Dann kannst du es einschalten, dann kannst du in den Schuppen gehen, um zu trinken. Dann haben wir noch ein Äffchen oder ein Röschen. Zum Beispiel die Internet. Der braucht auch Strom. Ich schalte immer das Licht ab, wenn ich aus dem Zimmer gehe. Aber der Roman lässt mich sein. Einfach etwas, das ich Strom brauche. Wir haben Solarstrom mit Solarzellen. Im Grossraum muss man manchmal Strom sparen. Kennen Sie das Land? Unsere Katze schaut ganz gerne Fussball. Dann müssen wir den Fernseher auf dem Sofa hochladen. Sonst stellen wir ihn ab. Die Sonne und der Wind, dann gibt es Strom. Es ist genau gleich wie ein Blitz. Ausser da sind ein Windräder da und ein Stab unten. Das Windräder geht mega schnell so. Und dann kommt der Belut ganz schön zu mir. Ich habe schon mal so etwas gehört, dass das Wasser aus den Bäumen und den Wind also die Bäume den Wind besser machen. Mehr Strom statt einer solchen Mühe gibt es mehr Strom. Mehr Strom statt einer solchen Mühe gibt es mehr Strom. Dann ist mehr Stärken der Wind. Auf drei kommen alle auf einmal. Es ist nicht nur eins, es sind drei. Vielleicht kommt es nicht mehr Strom oder so. Es braucht etwa gleich viel Platz, aber es macht mehr Strom. Er kann einfach irgendetwas berühren. Er kann auch mehr und auch reintun. Und wenn er da reintun kann... Ups! Er könnte mit einem Superhändschau überall Windräder hinschiessen. Und man fliegt überall Strom. Oder man könnte so ein Solar-Dings auf den Rücken schnell schauen. Und dann muss man einfach in die Sonne fliegen. Ich würde einfach sagen, jetzt Windräder bauen. Ich will auch ein Windrad oder ein Wasserrad anstellen. Oder einfach weniger Strom verbuchen. Wenn man es halt bauen und man schaue, dass der Wind kommt. Ich baue einfach eins. Man könnte ja auch nicht nur einen Vergnötigungspark bauen, der gerade mit dem Strom läuft, der das macht.